So, das ist die Ausanlade von Connerberg. Das ist die ehemalige Abhöranlade. Und das ist das Ausanlade. Das ist ein Tonnenberg. Eine wunderschöne Ausrichtung. Das ist auch schön. Eine Rastmüllstelle, eine Rastmüllstelle, eine Bänke. So, nun sind die auf der Sonntafel. So, und das war der Connerberg. Jetzt geht es dann weiter nach Zelp. So, meine liebe Wanderfreunde und Naturfreunde. Heute sind wir im Landkreis Wunsel unterwegs. Heute sind wir auf dem Connerberg. 820 Meter. Jetzt sind wir auf dem Ausrichtsturm. Und das ist die ehemalige Abhöranlade. So, dann geht es hier weiter. Von hier aus kann man nach Hofschau. Das ist alles unser Fischstuhlgebirge. Und da kann man nach Schwassenbach schauen, an der Saale. Und da kann man nach Schwassenbach misschauen. Und ganz weich nah an der Kuppe ist der Schneeberg. Und da ist Zelp. Das ist unser Ziel heute. Und da sind wir wieder auf dem Bein. Und da sind wir wieder auf dem Bein. Und da sinds Siriker, die Flügel. Und da sind wir wieder auf dem Bein. Und da sind wir wieder auf dem Bein. Und da sind wir schon wieder auf dem Bein. Dann ist das Ding. Fr. 3nm bis 45. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Fischeldebier.de kreiert ja über das ganze Fischeldebier, Informationen über Zimmerbuchen sowie Wanderinformationen und andere Freizeitmöglichkeiten. Viel Spaß.